Mit dieser brandneuen Webseite kannst du bis zu 8,33 Dollar pro Minute verdienen und das Ganze ohne Vorerfahrung und mit ganz wenig Zeitaufwand, weil KI die komplette Arbeit für dich erledigt. Ich werde dir am Ende des Videos außerdem noch einen Bonus Gratistraining online obendrauf geben, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du nur mit deinem Smartphone und ungefähr 30 Minuten pro Tag hunderte von Euros verdienen kannst und das Ganze ohne eigenes Produkt, völlig anonym und ohne laufende Kosten. Wie das Ganze genau funktioniert, werde ich dir jetzt Schritt für Schritt in diesem Video zeigen, aber wir fangen zuerst damit an, wie du jede Minute 8,33 Dollar verdienen kannst. Wir brauchen dafür als allererstes die Webseite Clarity.fm. Die Seite ist ziemlich neu und ich bin mir sicher, du hast die Seite noch nie gesehen, weil ich habe sie zum Beispiel auf meinem Kanal davor noch nie gezeigt und das Schöne hier ist, wir können hier eben als Freelancer arbeiten und können hier wirklich extrem gutes Geld mit dieser Seite finden. Das Ganze fundiert einfach als Zwischenplattform, sage ich mal. Hier gibt es sowohl wir, also uns als Experten und gleichzeitig auch Firmen, die jetzt hier zum Beispiel einfach nach bestimmten Dienstleistungen einfach schon suchen. In dem Fall habe ich jetzt hier oben in der Suche einfach schon mal eingegeben Copywriter und bin hier einfach mal auf die Suchergebnisse gegangen. Und wie du hier sehen kannst, können wir eben pro Minute bis zu 8,33 Dollar dafür bekommen, um einfach Werbetexte für andere Firmen zu schreiben. Und falls du dich jetzt gerade wunderst, okay, Lukas, wie soll ich denn jetzt einfach Werbetexte hier auf der Seite Clarity.fm schreiben für verschiedene Firmen? Ich habe doch noch nie in meinem Leben einen Werbetext geschrieben. Und genau da kommt einfach eine kostenlose KI ins Spiel, die du mit Sicherheit auch schon kennst und die du einfach gratis nutzen kannst, ohne Geld ausgeben zu müssen. Und die Seite heißt einfach JetGPT. Ich bin mir sicher, du hast das Tool schon gehört und nicht nur gehört, du hast das Tool bestimmt auch schon benutzt. Und ich habe jetzt JetGPT hier im Hintergrund zum Beispiel einfach mal den Befehl gegeben und habe ihm gesagt, hey, schreib mir einen Werbetext für einen Friseursalon mit 1000 Wörtern. JetGPT hat mir jetzt hier einen ganzen Text ausgespuckt mit insgesamt 1000 Wörtern, mit verschiedenen Punkten einfach drin, die wichtig sind in dem Werbetext. Und wir können das Ganze jetzt natürlich auch noch für verschiedene andere Branchen benutzen und können uns dann hier zum Beispiel reinschreiben, Wenn wir jetzt als Kunden keinen Friseur zum Beispiel hätten, sondern jemanden als Bäcker, dann können wir jetzt einfach schreiben, schreibe mir das Gleiche, das Gleiche nochmal für einen Bäcker. Und das Schöne ist, wir müssen keinerlei Vorerfahrung haben, wir müssen einfach nur ganz einfache Befehle reinschreiben und du wirst sehen, JetGPT schreibt gerade im Hintergrund den kompletten Text für uns. Das heißt, wir brauchen die Vorerfahrung als Copywriter gar nicht mitbringen, sondern wir können einfach die KI dafür benutzen, die komplette Arbeit für uns erledigen zu lassen. Sobald wir den Text fertig haben, würde ich euch empfehlen, einfach noch kleine Änderungen zu machen, dass ihr einfach nicht alles zu 100% eins zu eins kopiert. Und dann könnt ihr einfach zurückgehen auf die Seite clarity.fm und könnt das Ganze dann einfach hier für euren Kunden einreichen. Und der Registrierungsprozess ist wirklich extrem einfach. Ihr könnt hier einfach auf den Punkt Sign-up gehen, dann öffnet sich hier ein Feld, dann kannst du hier einfach deinen Namen eingeben, deinen Nachnamen, deine E-Mail-Adresse. Dann kannst du hier noch ein Passwort festlegen. Ganz wichtig ist natürlich, dass du deine richtige E-Mail-Adresse eingibst, weil du wirst nach der Registrierung einen Link zugeschickt bekommen auf deine E-Mail-Adresse. Das heißt, du musst deine E-Mail nochmal verifizieren. Also es ist extrem wichtig, dass du deine richtige E-Mail angibst. Falls du aus irgendwelchen Gründen die Seite clarity.fm nicht nutzen können solltest, warum auch immer, dann kannst du natürlich auch noch auf einem anderen Weg Geld verdienen. Und wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich dir jetzt auch nochmal geschwind. Und zwar, du kannst zum Beispiel einfach eine Dienstleistungsplattform oder eine Freelancer-Plattform, besser gesagt, benutzen, wie zum Beispiel Fiverr. Ich habe jetzt hier auch einfach mal in der Suchleiste Copywriter eingegeben. Und hier in den ersten Suchergebnissen haben wir diesen guten Herrn hier zum Beispiel gefunden, der ebenfalls eine Dienstleistung anbietet. Und wie ihr sehen könnt, das ganze Premium-Paket kostet 592 Euro für insgesamt 2000 Wörter. Und ihr könnt mit dem ganzen Ding selber extrem gutes Geld verdienen, wenn ihr einfach euch auf Fiverr anmeldet. Ebenfalls die Dienstleistung hier auf Fiverr anbietet. Und dann einfach die Kunden von Fiverr automatisiert bekommt. Weil Fiverr ist eine riesengroße Plattform, wo jeden Tag Millionen von Menschen aktiv sind. Millionen von Unternehmen, die einfach nach Leuten suchen, die zum Beispiel Werbetexte schreiben. Und die euch dann einfach über die Plattform finden und kontaktieren können. Ihr könnt das Ganze hier über Fiverr abwickeln. Die nehmen einfach einen kleinen prozentualen Teil von der ganzen Abwicklung dafür, dass ihr eben automatisch die Kunden bekommt. Und falls du jetzt einfach noch wissen möchtest, wie du nur mit deinem Smartphone jeden Tag hunderte von Euros verdienen kannst, ohne ein eigenes Produkt, ohne eine Dienstleistung anbieten zu müssen. Und das Ganze einfach nur mit deinem Smartphone und ungefähr 30 bis 60 Minuten pro Tag deiner Zeit. Dann habe ich für dich ein gratis Online-Training aufgenommen. Ich habe dir das Ganze hier unterhalb von diesem Video verlinkt. Du kommst dann einfach auf diese Seite hier. Du kannst dich hier gratis anmelden zu dem Termin. Und ich zeige dir dort die wichtigsten Schritte, um einfach selbst jeden Tag hunderte von Euros nur mit deinem Smartphone zu verdienen. Und das Ganze ohne laufende Kosten. Deswegen trag dich gern ein. Wir haben hier extrem coole Teilnehmerergebnisse auch von den Leuten, die bereits dabei waren. Die Carmen zum Beispiel hat innerhalb von ihren ersten 24 Stunden ihren ersten Verkauf gehabt. Und das erste Geld online verdient. Der Sebastian hat zum Beispiel innerhalb von zwei Tagen insgesamt vier Verkäufe generiert. Also du siehst, das Ganze funktioniert extrem gut. Trag dich gern unterhalb von dem Video ein. Sicher dir einen kostenlosen Platz zu dem Online-Training. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit der heutigen gezeigten Methode. Viel Erfolg mit der Methode aus dem Online-Training. Und bis zum nächsten Mal. Euer Luke. Macht's gut. Ciao, ciao. Wie ist denn? Wie ist denn? Untertitelung des ZDF, 2020